Ey, Leute, da hinten ist Danny Space mit den Diamanten. Jetzt reicht's mir. Ich hab eine Atombombe mir geholt. Die müssen wir jetzt nur noch mit dem Urane befüllen. 20 Megatonnen, das sollte reichen. Zeitzünder rein. Und wir haben 25 Sekunden Zeit. Schnell weg hier. Warte mal, Leute, was soll ich da? Wir haben nur noch 10 Sekunden Zeit. Oh mein Gott, zum Glück hab ich noch den Iron Man Anzug. Iron Man Anzug an, Diamanten her und schnell weg hier. Nils ist komplett verrückt. Oh mein Gott, Leute, seht ihr den Atompilz? Nils hat komplett übertrieben. Okay, Leute, ich bin schnell genug hier weggekommen. Aber irgendwie sehe ich nicht, dass Danny gestorben ist. Was ist passiert? Danny muss irgendwie entkommen sein. Danny ist mir immer einen Schritt voraus. Lasst unbedingt mal ein Follow da. Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes probieren soll, mir die Diamanten zu schnappen.